Hallo, hier mein Küchner mit Recht hat gekonnt auf unserem Osteenkanal und zu bekleiden, der FNAF-Fang-Game. Mal wieder ein Spiel, das mit FNAF-Maker gemacht worden ist. Grüße gerne raus, meine lieben Freunde und den Gamers. Vor allem hier noch keinen herzlichen Dank an und unsere Stützer, ohne es hier alles gar nicht machbar zu realisieren, wäre vielen, vielen Dank, Freunde, für eure enorme I love you. Heute spielen wir zusammen Five Nights at the Storage, ich habe jetzt schon ein Sternherbst und gar nichts getan. New Game. Hey, hey, see you, what's this, bad, fine, what's, okay, hau ab. FNAF-Maker. Da kann ich was auf uns zukommen, Leute. Das sind also alle vorgeworden. Oder warnt noch nicht so viel. Hallo, hallo, hallo. Oh, told you I could do a good phone guy impression. Anyway, so I kind of get why you wanted me to help you with this thing. Why do I not? Because you want to survive and oh my god, there might be scary robots that can kill you. Whatever, they're all deactivated anyway. Just suck it up, man. So, you know, if you want to just spend the time, like, being, I'm not, I'm not, I'm not gonna be in a cold all night with you, man. My phone can't do that. So, if you want to just do something, I'd just check the cameras and stuff, maybe wander around or something. Wait, you're saying the cameras drain the power. How, first of all, how does that even happen? And second of all, that generator is so old, it can't even work properly, which is expected, actually. Yo, halt, aber einfach mal die Fremden, ja. Uh, so I guess don't check on them too much, if you don't want to be in the darkness forever. There's a lot of people in here, huh, they drain power here, don't they? And, uh, and lights, they both drain power as well. Huh, interesting. Interesting. Wait, I, I'm sensing some movement. There's actually active robots. Uh, they can move. They might not be moving to you yet, but. Oh, come on, come on, boy. Quiet, please. Ich mach mal hier. Something, so. Es tut sich noch nichts. Noch seh ich hier keinen, bei mir in der Nähe. Das dürfte auf der Wände sein. Jo. Geh ich mal davon aus. Prost. Ding, ding. Digi, 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 bang, bang. Jo, Freunde, da wird das doch hinzukommen. Ich, ich spür's schon richtig. Was ist das hier für ein Ei? Rumkugel oder was? Wir haben zwei Uhr. Also, wenn tut sich da gut? Oder ist er hier einer? Ich pass' hier mal lieber ein bisschen auf. Oder steht hier einfach nur da. Aber der hier sieht man schon ein bisschen mysteriöser aus. Was mir halt hier fehlt, ist irgendwie noch ein Gimmick irgendwie. Dass man irgendwo draufklicken kann und macht ehe he 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 he. Dann noch 63% Energy. Boah, da tut sich ja gar nichts in diesem Laden hier. Absolut nicht. No one at home? Äh, der steht nicht. Der könnte auch kommen, aber kommt hier keiner. Voll der Saftladen hier. Oh, wo ist das? Wo ist das vor Räcke? Ich meine, für einen FNAF-Maker spielt sie das gar nicht mal so schlecht aus, als die Opus. Die ist schon etwas besseres. FNAF-Maker. Nicht hier, normalerweise machen sie mit FNAF-Maker immer diese 1er oder 2er Location. Wo mir sowas von auf den Sack geht und die ich dann auch sofort in die Miese reinpacke. Weil ich sie einfach nicht mehr sehen kann, 1er und 2er Location. Erstens, weil ich sie absolut nicht mag. Schon gar nicht die 2er Location. Die ist für mich das absolute Oberschlund-Dreck-Ding. Da raste ich ja schon aus, wenn ich sie nur sehe. Aus der 1er Location kann man ja wenigstens noch ein bisschen was machen. Aber aus der 2er Location geht die gar nicht. Die ist immerhin mal ein bisschen was Eigenes. Eine Banane. Mit der man leider mal Bananen-Craft. Oder Bananen-Saft. Bananen-Saft. Sprichst du Deutsch? Da steht Bananen-Saft. Bist du ein Deutscher Entwickler? Dann schreib es mir doch mal bitte in die Kommentare. Eine fleischfressende Pflanze. Das Püpfchen kennen wir ja auch. Aus diversen Horrorspielen würde ich mal sagen. Eine Ballerina ist das nicht. Das ist irgendwas Lateinamerikanisches. Würde ich sagen. Latino Girl. Wer er hier ist oder sie hier ist, hat der einen Rock an. Könnte aber auch ein Ritter sein. Der Prinz Eisner hat sich hier einen Kniefall vorm Rost gemacht. Braucht er ja natürlich nicht. Aber ich meine, kein englischer Entwickler wird schreiben Bananen-Saft. Was? Ein Robot? Woher kenne ich ihn? Nummer 5 lebt? Kann das sein? Nummer 5 lebt? Ich kann mich ertäuschen. In den letzten 49 Jahren habe ich zigtausende von Filmen gesehen. Das ist schon, glaube ich, ich muss lügen. Also zigtausende. Aber ich bin schon ab und zu ein bisschen kränke im Kopf. Hallo? Hallo? Er ist weg. Er ist weg. Ja, aber komm, tut doch keiner. Ach, Mensch. Ach, come on. 5 IM und ist nichts passiert. Ja, leg mich doch mal. Ja, leg mich doch mal. Ich nehme jetzt 8 Minuten auf und nichts passiert in dem Spiel, oder was? Ich werde mir nur die Office zeigen, wie sie funktioniert, oder wie. Hier ein Gimmick. Bananen, Bananen, Bananenblut. Komm, Mr. Dalimi, Dalimi, Bananenblut. Oh! Ah, Freunde. Kollege. Was hast du denn da gemacht? Dave? ihi. Peter. Heike. Heike. Daniel. Heike. 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 spielen. Ob jetzt da noch was kommt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt aber nicht nochmal hier 9 Minuten aufnehmen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf uns am Rostekanal. Bitte bewertet euch das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo haben solltet, einfach nur auf diese kleine alte Matschbeerde drücken, raise the hit button, do subscribe, ansonsten genießt das Leben, habt Spaß, aber schützt euch, ganz wichtige Neuzeitscheid, schützt euch und vergesst es nicht, seid nicht gleichzählig und bleibt bitte auch alle gesund und munter, ja bitte, schützt euch. Wir sagen, tschöne Mütte und Fickertiger Rutz, euer Sam Teddy, der Minion, der Restrasselbande und der Horst, der alte Mann, das bin Iva, kann mich auch alter Sack nennen. Thank you and goodbye. Bye, bye.